Und dann zack, so, da sind wir. Was sollen wir zocken? RimWorld oder Half-Life 2 steht auf meinem Bildschirm. Und so sieht es aus. 51%, 49%. RimWorld ist jetzt wieder dran. Weiter geht's. Hier ist RimWorld und bam, wir sind drin schon. Oh, die Technik heute, oder? Weiter geht's. Keine Zeit verlieren. Das war ein kurzer Ausflug an Half-Life. Aber ganz ehrlich, Leute, das war ja gar nicht so hübsch, ne? Und vielleicht machen wir die Tage nochmal die schöne Cinematic-Matt von Half-Life. Ich habe euch erzählt, wir haben im Kopf vielleicht auch mal Half-Life richtig groß aufzublasen und das mal zu machen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Und die heutige Möglichkeit heißt RimWorld. Wir machen weiter. Zack, wo waren wir? Es regnet. Und kurz. Was war gerade unser Ziel? Ich gucke nochmal in den Chat. Leute, was wollte ich machen gerade bei RimWorld? Könnt ihr mir das sagen? Oh, da freuen sich jetzt wieder die Hälfte der Zuschauer auf RimWorld. Und ich warte mal auf die Antwort. Die kommt ja immer erst 30 Sekunden später. Das kennt ihr. Die Batterien halb voll. Sonne scheint ein bisschen. Ihr seht nicht so doll. Deswegen sind die nur hier auf 80 Prozent, sagen wir mal. Und sinken. Tendenz fallen. Wird es jetzt dunkel oder immer dunkler? Ja, ja, vielleicht wird gleich Nacht. Okay. Unsere Basis ist cool. Hier wird gearbeitet. Was wird denn da gearbeitet? Oh, verdammt. Da baut einer aus Holzmist. Da habe ich tatsächlich hier. Ne, hör mal auf. Jetzt keine Skulptur bauen. Was haben wir hier noch? Die Smithing Bench und Taylor's Bench. Alles klar. Die Leute schwärmen aus. Sammeln noch einen. Das war die Geschichte. Wir wollten Verteidigung, glaube ich, ein bisschen bauen. Oder was sagt ihr? Was wollte ich bauen? Batterie bauen. Ja, ich habe doch jetzt zwei. Brauche ich nicht unbedingt. Ich kann, okay. Wenn du möchtest, dass ich eine Batterie baue. Wer hat das gefragt? Jubelfreue. Okay, dann baue ich dir eine Batterie. Zack. Batterie ist auch ganz cool. Ihr seht ja, am Ende will ich hier fünf Stück haben. Jetzt gerade brauche ich die nicht unbedingt. Eigentlich brauche ich eher Strom. Will schnell mal erforschen. Diese Geothermalenergie. Stonecutting ist erforscht. Das kommt in diesem wunderschönen Bildschirm, diese Meldung. Und wir gehen direkt in den nächsten Bildschirm. Hier steht, was wir damit machen können. Nämlich diese großen Rockchunks. Diese riesigen Geröllbrocken in Backsteine verarbeiten. Wir gehen in den Research Screen und suchen uns unser nächstes Projekt aus. Nehmen wir, was günstig ist. Shipbuilding wäre das nächste günstige. Aber Shipbuilding ist eigentlich ein Projekt, das erst am Ende stattfindet. Wir könnten da jetzt schon die Basis erforschen. Bringt uns aber nicht viel. Nutrient Resynthetics. Synthetics. Das machen wir. Das ist ganz cool. Aber eigentlich auch die Geothermalgeschichte ist auch ganz geil. Aber wir haben eigentlich genug Energie. Wir machen die Nukle... Ja, wir bleiben dabei. Und... Batterie wird gebaut. Ressourcen werden gesammelt. Und ich mache den Speed etwas höher. Ich mache ihn sogar jetzt mal richtig hoch. Damit das hier mal endlich vorangeht. Da hat jemand schlechte Laune. McCarthy nämlich. Warum? McCarthy. Was ist los? Was denkst du? Du bist sehr müde. Ja, dann geh doch ins Bett. Wir haben ja auch Nacht. Zack. Da geht er schlafen. Und Max baut die Batterie. Und sie werden alle. Die gehen langsam alle. Aber jetzt werden sie wieder aufgeladen. Ihr seht jetzt die kleinen Striche. Dann ist es Tag. Die Sonnengeneratoren. Kollektoren sind angesprungen. Zwei Leute forschen. Ratzfatz geht die Forschung hier voran. Haben wir schon die Hälfte von unseren... Was haben wir erforscht? Ja, genau. Eine Verbesserung unseres Nahrungsspenders hier. 10% weniger Nahrung wird dann verbraucht, um ein Gericht herzustellen. Hier, unser Kühlschrank ist nicht wirklich gefüllt. Aber immerhin, das reicht. Unser Feld. Das ist eigentlich... Das müssen wir bald mal vergrößern. Für fünf Leute ist das wohl wieder zu klein. Was wir machen können, ist ein zweites Feld anlegen. Das machen wir. Mit leckeren anderen Sachen. Das machen wir. Aber dazu überlegen wir uns erst nochmal was. Hier wird geforscht. Batterien wachsen. Oh ja, das hier ist ein Problem, Leute. Das ist voll. Ich bauere erstmal diese Bäume hier aus dem Lager weg. Den schneiden wir. Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Aber so oder so. Ich mache hier nochmal den Platz ein bisschen größer. Was war das? Pirates! They are attacking immediately. Also, die greifen sofort an. Das heißt für mich, auf Pause gucken, ob alle Leute da sind. 1, 2, 3, 4. Alle zu Hause bis auf einer. Wo ist Nummer 4? Nummer 4. Chimp ist auf dem Weg nach Hause. Verfolgt von diesen... Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Wir gucken. Was sind das für Leute? Das sind 3, wenn ich richtig sehe. 3 Piraten greifen sofort an. Tomoko. Der Typ. Frag Grenades. Oh shit. Die sind natürlich gefährlich. Ist krass ausgerüstet mit dieser Armor West. Also mit dieser gepanzerten Weste. Hat ein Essen dabei. Wir haben hier noch Bel... Belkert. Das sind sogar 4 Leute. Das sind 2 auf einem Haufen hier. Seht ihr das? Ich drück mal. Kann ich den erwischen? Ben Cook. Kommt mit Pistole. Belkert mit Pump Shotgun. Und Tail mit einem Messer. Okay, wir haben 2 Waffen. Pistole. Shotgun. Und hier diese Granaten. Das ist... Unsere einzige Verteidigung steht hier. Das müssen wir gleich ausbauen. Ich drück auf Start. Er läuft weiter. Und wir müssen langsam mal in Position gehen, denke ich. Pause drücken. In Position. Max. Raus aus dem Bett. Max versteckt sich hier. Whitney. Hat nur ein Messer. Kann weiter pennen. Aber Hay House. Unser... 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 Cooler Typ. Den haben wir ja gerade erst ausgerüstet hier mit... Falls ihr euch erinnert. Ja. Gepanzerten Weste. Und... Draften ihn. Und stellen ihn hier hin. Während McCarthy... Mit seiner... Ist das eine Shotgun? Nee, das ist auch ein Survival Rifle. Wir haben 2 Survival Rifles. Ah, ist ja auch nicht schlecht. Haben wir hier noch was? Oh, noch eine Pistole. Okay. Whitney schnappt sich jetzt. Wie viel Schussfähigkeit hat sie? Null. Okay. Whitney wird nicht die Schusswaffe nehmen. Die bleibt bei einer Nahkampfwaffe. McCarthy bleibt bei dem Rifle. Und... Ver... Deckt sich... Deckt sich... Hinter ihm... Hinter ihm... Die Leute. Jetzt wird's spannend. Achtung Leute. Action incoming. Okay. Chimp schnappt sich das Ding. Ist gedraftet. Und stellt sich mit seiner Pistole... Und stellt sich mit seiner Pistole... Hier hin. Oder hier. Oder da. Mal gucken. Kommen die oben? Ah, die sehen... Kommt von oben. Oh, ist das echt ein blödes Gelände hier. Mit Pistole auch nicht zu weit weg, bitte. Oh, und es geht los. Oh, scheiße. Er steht ja ganz mies. Chimp, komm. Chimp geht erstmal... Chimp. Gucken wir gleich. Oh, das geht los. Der Kampf... Hat begonnen. Als erstes... Müssen wir uns konzentrieren... Auf den Typ mit den Granaten. Frag Grenades. Da ist er. Wir können... Das Target forcieren. Das machen wir. Alle auf den Typen mit den Granaten. Der wird gleich eine werfen. Oh, wow, wow, wow. Chimp. Ähm... Dave's McCarthy soll auf den Typen mit... Ah, sehr gut. Wir haben ihn. Haha. Ist er tot? Der ist tot. Oh, nice. Er ist nicht dazu gekommen, eine Granate zu werfen. Also, weiter geht's. Oh, McCarthy ist getroffen. McCarthy hat einen Treffer abbekommen. Und zwar in den Torso. Pistolen Schuss in den Bauch. Oh, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Einer ist down. Noch drei müssen über sein. Er hier zielt auch auf McCarthy. Deswegen ziehen wir McCarthy ein Stück zurück. Und die flüchten. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Oh, komm. Den kriegen wir noch. Und... Puff, 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 puff. Na, komm. Ja. Ja. Ja, tot. Tod und bewusstlos. Besser geht's doch nicht. Belkert. Der Bandit. Piratenbandit. Mit einer unglaublichen Mili-Fähigkeit im Nahkampf. Aber eine absolute Nulpe. Pflanzen anbauen und nach... Und erforschen. Und auch sonst eigentlich ziemlicher... Und auch sonst eigentlich ziemlicher... Steht da. Das ist der genaue Gegenteil. Von den anderen Jungs. Aber okay. Das erste, was wir machen, ist... McCarthy. Undraften. Ab... Ab zum Dock. Hey, House. Undraften. Chimp. Undraften. Genauso wie Max. Die gehen wieder im Tageswerk nach. Und... Max... Wird diesen Banditen gefangen nehmen. Während Chimp... Den hier bis auf die Klamotten auszieht. Ähnlich verfährt... Hey, House mit... Dem Typen hier unten, der... Von sich aus schon noch nicht so viel anhat. Das Messer sammeln wir ein. Genauso wie natürlich die geilen Granaten, die er fallen gelassen hat. Kurz nach seinem Tod. Und diese coole Shotgun. Ah, was heißt cool? Können wir verkaufen. Das Essen nehmen wir auch. Er hat ein bisschen besseres Essen. So. Los, Lux. Mach das. Wie? Wollte nicht einer... Chimp. Hab ich das jetzt... Machst du das eben. Ne, wieso will Chimp das nicht? Oh, weil... Wir haben gar kein Gefängnis. Das ist der Punkt. Wir haben es hier. Ist natürlich jetzt blöd. Ich müsste dir eigentlich so schnell wie möglich medizinische Versorgung sicherstellen. Aber wir bauen dir ein paar Holzbetten hier rein. Erstmal. Ja. Betten. Müssen wir da rein. Ist okay. Bau mal schnell ein Bett. Wer macht das? Kann das einer von euch übernehmen hier, Leute? Ja. Chimp holt schon das Holz. Chimp baut das Ding und dann holen wir den schon rein. Der muss jetzt noch eine Minute da in seinem Blut liegen und warten, bis sein Gefängnis fertig eingerichtet ist. Ich könnte jetzt natürlich kurzfristig hier das Bett umstellen für Gefangene, aber das machen wir nicht. Wir warten. Das ist ja gleich fertig hier und dann haben wir unser Gefängnis auch. Forschung durch. Wir forschen das nächste Ding. Jetzt verbrauchen wir weniger Nahrung, wenn wir die Nutrients Dispenser benutzen. Cremation ist die Fähigkeit, Leichen und Kadaver zu verbrennen, dass sie nicht mehr in der Welt rumliegen. Carpet Making ist Colored Lights, habe ich echt gesagt noch nie benutzt. Sieht total albern aus. Hydroponics, Brewing und Geothermal Power. Das wären wir jetzt. Das dauert dreimal so lange, aber wir haben jetzt zwei Benches hier zum Forschen. Research Benches, Forschungsbänke und das ist ausreichend. Prisoner. So, jetzt das ganze Ding ein Gefängnis und jetzt können wir... Hayhouse will halt gerade McCarthy heilen. Ist Hayhouse der richtige Mann dafür? Hayhouse hat aber nur sieben. Geil wäre es, wenn das Max macht eigentlich mit acht. Aber ist okay. Ist nicht so viel Unterschied. Dafür ist Whitney jetzt vom Job des Doktors entbunden. Chimp geht zu Belkert und wird ihn ins Gefängnis bringen. Alles klar. So, McCarthy hat hier die Schusswunde in den Torso bekommen. Die wird jetzt verarztet. So, bring ihn nach Hause. Im Gefängnis. Alles gut. Ich mach mal kurz. Screaming angucken bei Kurt. Friendly Chat. 83. Oh, das wird nicht einfach, den zu rekrutieren. Wir probieren es trotzdem. Uiuiuiuiui. Er hat einen Gewehrschuss von unserer Selbstschussanlage in seinen Rückgrat bekommen. Also tatsächlich in die Wirbelsäule. Spine. Left Arm. Der linke Arm. Schusswunden. Torso. Nicht allzu schlimm. Noch orange. Aber der linke Arm. Ouiuiuiuiui. Okay. Er wird gerade verarztet. Wir verschwenden da jetzt aber keine Medizin für. Wir haben nämlich nur noch fünf. Was macht hier unser 90 Prozent? Ey, bald haben wir hier. Bin ich mal gespannt. Okay, während das hier gemacht wird. Wir bauen jetzt mal richtig schön unsere Basis weiter aus. Denn gegenüber von dem Ding hier bauen wir symmetrisch die Krankenabteilung. Da kommen dann so ein paar Hospital Beds rein. Also Krankenbetten. Die sind genauso groß, aber erheblich teurer. Da muss man richtig diese Medizinpäckchen mit verwenden. Ich kann mir gar kein Hospital Beds leisten. Okay. Das sieht gut aus. Backhurt ist versorgt. Rennt jetzt hier ein bisschen rum. Wir schauen mal, was er gerade denkt. Er ist hungrig und gefangen. Das nervt ihn ein bisschen. Am Gefangensein, da können wir nichts dran. Erinnern in diesem Moment. Das hat er selbst in der Hand. Wenn er gute Führung beweist und vielleicht mal unserem Team beitreten möchte. Dann kann er da raus. Vorher nicht. Amputation. Stefan Daniel möchte unbedingt Amputation hier im Chat. Verkauf ihn als Sklaven. Geht das? Geht das? Verkauf ihn als Sklaven? Johnny Cage. Schreibt das doch nochmal bitte rein. Ich lade mal neu. Ich glaube, mein Chat ist schon wieder eingefroren. Das ist, glaube ich, eine ganz alte Nachricht hier für mich, oder? Ich lade mal neu. Johnny Cage. Sag mal, war das jetzt nur ein Spruch? Oder kann ich die echt als Sklaven verkaufen? Weil es gibt Sklavenhändler. So ist es nicht. Die im Orbit mit ihrem Sklavenhändlerschiff manchmal Halt machen. Und mir ihre wahre Pfeil bieten. Genauer gesagt. Jo, kannst du? Es gibt Sklavenhändlerschiffe. Ja, genau. Das erkläre ich gerade. Oh, da hat einer. Ich mache mal kurz auf Pause. Da hat einer gerade sehr viel geschrieben. Ich scroll nochmal hoch. Da ist wirklich... Was war das? Oh, jetzt ist das schon wieder weg. Oh, ich hasse diesen Chat, dass er so schnell wegscrollt. Miss, miss. Sobald es auf Deutsch raus ist, hole ich es mir, sagt Yen Zaya. Du, das ist schon auf Deutsch draußen. Ich glaube, da muss man einfach nur irgendwo... Oder nee, das war Prison Architect, oder? Ich weiß gerade gar nicht. So, weiter geht's. Ich drücke. Er wird verarztet. Er ist verarztet. Oh, was ist jetzt schon wieder los? Ach, die Nutrient Paste hat ihm jetzt nicht geschmeckt. Komm, da können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Was wir machen müssen, ist mal ein bisschen Vorplan jetzt. Wenn der nächste Angriff kommt, ja, dann müssen wir hier ein bisschen souveräner dem Ganzen entgegentreten. Aber bevor der kommt, kümmere ich mich jetzt mal um ein neues Lager. Und wo tun wir das hin? Wenn wir mal kurz überlegen. Normalerweise habe ich meine Lager immer in die Basis gebaut. Recht nah am Anfang habe ich einen sehr großen Raum gebaut. Der muss auch abgestützt werden, weil der sonst zusammenfällt. Zu große Räume im Berg geht nicht. Da stürzt uns die Decke ein. Das ist wirklich so. Und möglichst nah am Eingang, weil die Leute müssen immer ans Lager. Was haben wir denn da drin? Wir haben die Ressourcen da drin. Ja, immer wenn was aus dem Lager geholt werden muss, müssen die Leute nämlich halt da immer wieder hinrennen. Und daher sollte das Lager nicht so abgelegen sein. Trotzdem sollte es gesichert sein. Und wisst ihr was? Wir machen so ein Mittelding. Ich baue das Lager hier hin und das kriegt zwei Eingänge. Ein hier und ein da. So machen wir das. Alles klar. Operation Lager. Als erstes die Basics. Das hier wird die... So. Müssen wir mal gucken. Also das Lager wird jetzt die Form... Ich muss ein bisschen planen. Ich habe euch das vorhin kurz gesagt, wie ich das Lager bauen werde. Nämlich genau in der Form. Und das sind... Sieben. Sechs. Sind es wirklich sieben? Drei. Ja, das sind sieben, wenn ich mich jetzt nicht verzähle in der Breite. Was wollte ich? Ich war genau. Zack. Mein sieben. Okay. Und... Einmal kurz nachbauen. Gibt mir die Sekunde. Danach so. 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 Und dann gucke ich nochmal rein hier. Danach... Zwei nach hoch. Und dann ein links. Das sieht dann so aus. Ist das richtig? Habe ich das richtig gemacht? Nee, oder? Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Kommt das ungefähr hin? Hm? 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 Nee. Das kommt überhaupt nicht hin. Was habe ich da falsch gemacht? Das... Oh, Mann. Hm, hm, hm. Äh. Oh, Mann. Ist das kompliziert. Also, der nach links. Und der geht dann nach oben. So sieht das aus. Den weg. Ist es jetzt richtig? Zack, zack, zack. Fast. Die Reihe ist zu viel. Jetzt haben wir es, oder? Das war es einfach nur. Ich glaube, jetzt sieht es wieder gut aus. Jawohl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht? Wieso habe ich da acht gemacht? Nee, doch nicht beide. Okay. Leute, kurz. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. So, satt. Und jetzt müssen wir das einfach nur symmetrisch weiterführen. Das ist mein Lager. Wie gefällt euch das? So. Und vielleicht baue ich denn hier noch eine Tür rein. Oder hier, dass sie von da reinkommen. Äh. Ich lasse es aber erst mal. Ich fühle mich ein bisschen sicherer, wenn meine Basis wirklich nur durch einen Eingang betreten werden kann. Das hier würde zusätzlich, hm. Ist okay. Wir machen das so. Das muss ausgehoben werden, genau wie das. Es dauert jetzt eine Weile. Es ist Nacht. Die schlafen eh. Also, überspringen wir die Zeit ein bisschen. Wir spulen vor. Die Zeit läuft. Es ist der frühe Morgen. Die Sonne geht auf. Energie wird generiert. Nicht allzu viel. Ihr habt gesehen, ich bin gerade durch die Nacht gekommen, bevor meine Batterie alle war. Das ist für mich das Zeichen, jetzt vielleicht auch parallel nochmal schnell einen Solargenerator zu bauen. Und während die Jungs hier fleißig arbeiten, wir den zuschauen. Haben die schon alles geholt? Ja, sieht so aus. Gucke ich mal rein hier. In den Chat. Quizzy sagt Dungeon Keeper. Ja, ganz genau. Das hier ist der Dungeon Keeper Part. Deswegen gefällt mir das auch so. Und deswegen grabe ich mich so gerne in den Berg. Mein Weed ist fertig, Jorn. Ja, gucken wir mal. Ja, Cerygium. Fully grown in 0,2 Tagen. Das braucht noch einen halben Tag. Ja, das hier noch 0,1 Tage. Warten wir noch ein bisschen. Das ist nicht ganz fertig. Während die hier kloppen, 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 sagt der Chat. Masseneinsturz. Ja, stimmt. Wir müssen stützen. Richtig. Wir müssen, wir können das nicht alles auf einmal machen. Wie stützen wir denn? Ich würde sagen, wir bauen gar keine Stützen ein. Wir machen das natürlich, indem wir ganz einfach das so machen. Reicht das? Ist das eine gute Stütze? Was haltet ihr davon? Ist sie symmetrisch? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ja, ist sie. Nee, Quatsch. Doch, 5. Ist sie. Das reicht als Stützen. So bricht das hoffentlich nicht ein, oder? Der Gefangene sift die ganze Bude voll. Oh ja. Was soll denn das? Hör mal auf zu bluten. Was ist denn das für eine Schweinerei? Wer verarztet den denn? Niemand. Was soll denn das? Der ist ja voll am Bluten. Da muss noch mal einer ran. Was sind wir den Ärzten hier? Was macht Max und Hay House? Die beiden sollen eigentlich... Hay House. Komm schon. Nicht? Ah, ja, alles klar. Fehler wie eben. Das hier, dieses Gefangenenbett, muss erstmal medical sein. So, jetzt funktioniert das. Und wo wir mal gerade in diesem Raum sind, bauen wir jetzt auch nochmal schnell... Haben wir genug Kohle? 50? Nee, das wird gar nichts. Wir brauchen... Wir müssen uns gleich erstmal drum kümmern, wenn wir das ausgehoben haben, unser Lager zu füllen mit... ...noch mehr Eisen. Davon haben wir... Nee, Stahl. Davon haben wir nur noch 50. Das ist zu wenig. Deswegen... Einmal kurz vorspulen. Oh ja, komm, ein Bett geht doch noch, damit, wenn der fertig verbunden ist, auch pennen kann. So, zack. Das wird gut, passt. Jetzt wird er auch verarztet. Da müsst ihr darauf achten, ja. Die werden dann nur verarztet, wenn sie wirklich im Medical Bed sind. Solange sie nicht bewusstlos sind. So, ja, die Basis nimmt Form an. Hier vorne die Konstruktion, das war ja eigentlich nur so eine Interimsgeschichte, ne. Die hab ich kurz am Anfang hochgezogen, damit wir schnell loslegen können, weil ich nicht diese ganze Zeit verschwenden wollte, am Anfang erstmal in den Berg zu graben. Ich hab mich aber auch gerade mit unserer großartigen Aufnahmeleiterin der Medium unterhalten, die gerne Prison Architect spielt, was ja ein genetisch verwandtes Spiel ist, basiert nämlich auf der gleichen Engine. Und die spielt das ähnlich. Bevor es losgeht, bevor hier überhaupt auf Play gedrückt wird, braucht die eine Stunde, um ihr Gefängnis zu planen. Das geht mir genauso und ich denke, vielen da draußen auch. Das Spiel ist einfach eins, das möchte ruhig gespielt werden. Hier, Herbal Medicine. Alter Schwede, kann man die direkt verwenden? Machen wir hier einen auf Öko und verarzten die homöopathisch. Er holt sich so ein bisschen. Ihr seht auch hier, alles geschwächt. Ja, die Atmung, das Essen, das Sprechen. Einen Typ, den gibt's echt nicht gut. Was denkt er? Ja, er ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass er vom Boden essen muss. Aber Leute, so ist das im Gefängnis. Du kannst nicht kommen. Meine Leute anballern. Versuchen hier, den Laden zu überfallen und dann irgendwie Tisch verlangen oder eine Art von Luxusbehandlung. Das geht ja wohl gar nicht bei Kurt. Ja, den haben wir uns schon angeguckt. Incapable of intellectual cleaning and plant work. So. Ey, ich freu mich, dass das auch zum ersten Mal. Super, ich liebe das mit euch zu spielen, wenn ihr mir Tipps gebt. Solar Storm und Weed. Was ne Kombi. Ja, ja, wir sind jetzt ziemlich öko unterwegs und werden jetzt ne kurze Pause machen. Sehen uns dann gleich wieder. Oh, ich kann's die ganze Nacht spielen mit euch. Ganz ehrlich, das Spiel ist der Killer. Aber wir sehen uns gleich wieder, ne? Platan.